Hartzjagd, diesmal auch noch mit einem Abonnenten mit und dem Kameraden Tobi. Sie hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen lustig. Ich werde mir nennen uns alle Tom oder so. Tom 1, Tom 2, Tom 3. Nee, das war einmal Tom, was? Oder Tim. Tim, Tim Nelser. Irgend so so, 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 so. Nee, so richtig einfallslosen Namen wie Tom, Tim, Jan. Irgend so was. Tom, Tim, Jan ist einfallslos, alles klar. Das darfst nicht im Jan sagen. Hallo, das ist ein Silber. Das darfst nicht im Jan sagen. Mit drei Buchstaben, wo kein X drin ist. Wo kein X drin ist. Du weißt doch, was ich raus will. Ja. Weil bei dir X im Namen ist, ne? Ja, das ist aber ja kurz vor dem Anruf. So, wie hieß er nochmal? Wir werden jetzt sogar drin. Kass. Ice-T-Nap. Ice-T-Nap. Kurz fragen, wo ist... Also, oder Nepp. Nepp haben wir jetzt nicht im TS drin. Ich muss ja unbedingt noch Privat-TS vielleicht nochmal zulegen. Ähm, ich bin jetzt am... Ja, am Privat-TS. Ich habe ja eine Zeit lang hier Arch-Age ein paar Monate mit ein paar Leuten zusammengespielt. Und da hatte ich dann zu G-NTS geleitet und so weiter und so fort. Ey, geil. Unser altes Häus hier steht noch. Altes Häus hier? Ja, die Plattform... Das komische denkt du? Ja, genau. Das war unser altes Gebäude. Warum sind sie denn hier ausgezogen? Weil sie es uns zum dritten Mord komplett kaputt gemacht haben und alles mitgenommen haben. Was nicht nid und nachtel-fecht war. Schon dahinter. Aber das nervt mich total mit der Performance von dem Spiel. Ich weiß nicht, warum das so quasi abkackt. Richtig ne Knarre. Da kann ich dir ehrlich gesagt auch natürlich helfen, warum ist bei dir... Ich mein, Skyrim läuft wunderbar auf mittlere Einstellung. Sieht wesentlich schöner aus als das hier. Ich kann dir weniger helfen, was das betrifft. Tut mal sorry. Ja, das kann ja immer nicht die Performance-Effekt nicht gut. So, ich komme jetzt nach Cranberry. Oh, da steht ein Kapuff direkt auf der Straße. Ich sehe es. Top. Also dieses Vermeid-Kartierte waren alles... Oh, 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 ne, wir stehen ja noch mehrere Kapuffs. Alter. Wir haben was zum Looten, Jungs. Macht die... Macht die Echse scharf. Bereitet euch vor. Wir werden... Paar Sachen auseinandernehmen. Äh, ich bin hin in der Hintergar... In der, äh... Ja, Garten. Okay. Ähm... Die Acham... Ne, wie hieß die Straße nochmal? Ephraim Highway. Das ist alles von uns hier. Das haben wir alles gebaut. Wir haben uns alles abgenommen. Seitdem verstecken wir eigentlich im Wald. Genau. Die Plätze in der Welt. Ich muss aber hier halt besonders stuffassig erlauben. Rechtschreibung bitte nicht beachten. Ähm... Da ist schon mal mein Knarge ready. Ja. Das nächste ist... Grad zu Häuser hier wie die... So, Tobi, könntest du an den Anfang von Cranberry kommen? Oder an die Tanke oder so? Ja, muss ich gucken. Ich weiß nämlich nicht, wo du bist. Ich fahre jetzt da einfach mal mit dem Auto entlang. Ich war gerade auf dem Spielplatz. Spielplatz. Äh, ich glaube, der ist noch ein bisschen weiter vorne. Ich fahre jetzt Richtung Kirche. Noch sieh ich keine Kirche. Aber... Im Moment immer. Da ist Spielplatz. Du bist, glaube ich... Wenn du für Spielplatz warst, dann hast du in die falsche Richtung geguckt. Also die Kirche ist da in der Nähe. Ich bin jetzt... Also hier müsste der Spielplatz ja sein. Bist du das mit dem blauen Rucksack? Das ist eigentlich... Ah, ja, guck mal durch. Ja. Steig ein. Schnell. Also ich bin da aufgestoßen. Oh, oh, oh. Komm rein! Ist da alles schon durch, so? Wunderbar. Ja, aber Tobi ist meistens... äh, nicht ganz so viel nützliches Zeug. Watch Cup zum Beispiel. Vielleicht kannst du PC mitnehmen, das wäre gleich besser, wenn wir meiner einfach. So, bleiben wir mal kurz stehen. Ich hab ja was für dich. Äh, warte, ich mach da lieber noch was raus, bevor das Auto dort geklaut wird, unterm Arsch. Genau. So, einmal hier. Ah, sorry. Das hier. Ja, bin nicht draufschlagen. Und das hier. Dann kannst du dir ein framed Backpack bauen. Ich guck in der Zeit, dass hier keiner kommt. Cutting, äh... Ah, jetzt hab ich keinen Platz. Ach, super. Häuser mit Garaben. Wie, ich... Du kannst ja ins Auto rein und dort einfach links ins Auto reinschieben. Das Auto hat's quasi damit... So, ich hab's hier jetzt, ähm... Jetzt Discovery, was war das? Backpack Frame und... Das ist jetzt so eine Tasche, so eine Umhängetasche. Ja, sehr cool. Dankeschön. Bitteschön. So. Wie ist denn das jetzt, wenn ich das anziehe? Den musst du einfach drüber ziehen. Die Items müssten replaced werden. Ah, okay. Das wollte ich wissen. Oh, wo ist er dann? Oh Gott, zu viel Sache. Ah. Wie heißt denn das Teil? Ähm... Framed Backpack. F. Du kannst übrigens oben, äh, das Inventory auf Icons only stellen. Dann findest du per Icons vielleicht schneller. Mülltonne gibt's immer was zu futtern. Okay, du hast schon gern, nein. Ah, sorry, jetzt, sorry. Kein Thema. So, den Blue Pack nehm ich mal mit. Alles klar, hab ich jetzt da. Sehr cool. Gut, dann rein mit dir. Bin drin. Ja, ich muss nochmal die Sachen... Jetzt. Und mal wieder ein bisschen Öl nachfüllen. Wenn wir unterwegs ein paar Rehe und so erledigen könnten, wäre das nicht schlecht. Jetzt haben wir jetzt so ein paar Pricks oder was? Das ist kein Knopf. So, und dann zeige ich, wir kommen ja gleich noch an der Stelle vorbei, wo ich gerade eben was gesehen habe, wo ich gerne mal hin würde. Ja. Weil ich... Warte, jetzt hinter dem kommenden Hügelkamm, linker Seite, auf der Straße. Da unten. Okay. Weil das sind drei Stück. Ich hole mir gerade mal den Hund da. Äh. Ja? Du meinst doch jetzt hier, du, die... Wellung, oder? Oder warum bist du noch weiter gefahren? Ich hab den Hund abgemurkst. Ach so. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab mir Fett geholt. Ja genau, das hier würde ich gerne mal mit euch einreißen. Allerdings weiß ich nicht, wie lange wir dafür brauchen. Deswegen machen wir das nachher lieber zu viert, hä? Hm. Wobei, die haben das so komisch gebaut. Warte mal. Das Auto ist leider nicht da eingefuert. Die haben das Metall-Ding als... Okay. Okay. Und hier den Access-Code. Schade. Die haben das quasi... Irgendwo auf der anderen Seite? Vielleicht kann man... Da kann man sogar drüber. Da hat einer ein Furnish drauf gebaut. Das ist clever. Ha! Ein Looterama. Wunderbar. Ey, das ist so einfach. So einfach. Da muss man was ändern, glaube ich. Dass man da vorne nichts hinbauen darf. Was denn? 5.000 Combat Knives. Ja, ja. Die kann man alle einschmelzen. Ja, ja. Ab 10. Pick-up, police, green car, rickets. Oh, oh. Was ist... Hast du denn in der Schosse hier? Nein. Ach du Scheiße. Wir haben in Riesenlager Crow Bowls. Alter, Falter. Okay, das ist, ähm... Jungs, wir haben was gefunden. Ja. Was außerordentlich Gutes. Wir haben leider noch kein Auto gefunden. Mit allem Möglichen. Ich hab jetzt 2 Waffe direkt am Mann. Direkt am Mann. Jetzt hab ich die Frage, lieber die Axt noch behalten oder der Makeshift-Bow. Ähm... Nahkampfwaffe per se ist nicht verkehrt. Mit der kannst du ja auch routen, beispielsweise die Gegner. Ja, ja. Also ich hab einen Bogen, ich hab eine Schusswaffe, eine einzige. Ja, Bogen ist, äh, Makeshift ist hier eh nicht schwer zu machen. Kann ich später auch noch machen. Ja, zum Beispiel, den Bogen verlierst du ja auch nicht viel. Äh, hier. Pick-up, Truck, Turbo. Ah, äh... Das ist unglaublich viel Zeug, also. Ich gucke gerade nur, dass ich mal Auto finde. Das hat sich schon gelohnt, würde ich behaupten, hier. Ja. Wobei wir dann halt wirklich nochmal vorbeikommen sollten, um es auszuloten mit allen. Ja. Deswegen, ich nehme jetzt mal nix weiter, obwohl doch... Nee, ich auch nicht. Ich komme jetzt wieder... Die Pistolen nehme ich mal mit. Die Pipe kann man gebrauchen. Pipe her. Tarp. Das, was man so halt jetzt direkt benutzen kann. Zum Beispiel den Ranch, damit kann ich mein Auto mal reparieren. Dammt. Stehen die Autos in der Regel in der Garage drin? Nee, aber hier in so Carports können so stehen. Ah, okay. Aber hier ist leider Kenz. Äh, ich habe jemanden schießen hören. Das war ich, sorry. Also in der Stadt ist klar, können immer mehr Leute sitzen als auf dem Land. Ja, mich hat irgendein Sniper vorhin angeschossen. Das war... Extremst uncool. So. Würde mal da hochladen, würde mal gucken, was es dort so gibt. Ja, warte mal. Aber wirklich, die Dinger sind so einfach zu looten. Du baust ein Furniture vorne dran und springst einfach rüber. Ja, da müssen sie sich noch was überlehnen. Das ist... Da bringt unsere ganze Verteidigung eigentlich nur was, wenn wir Türen drinnen haben, die wir zumachen können. Und dann könntest du trotzdem das ganze Zeug einfach kaputt schlagen. Bist du das? Ja. Okay. Oh, Zombie hinter dir, Zombie. Oh, verdammt, verzieht die Waffe. Ja, schenk die auch. Ja, aber es fällt halt direkt um. Ach, das ist halt... Wie oft soll ich ihm noch in den Kopf schieße? Na, verdammt. Ich gucke nur mal, ob du irgendwo... Jetzt ist er ganz gespawnt. Naja. Auto rum. Ja, komm, das war zum Auto. Ey, aber er schreit noch, er ist wirklich schreit. Wie geil ist das? Bei mir ist ruhig. Bei mir schreit er immer noch. Du hast ihm unvorstellbare Qualen und Schmerzen zugefügt, die er noch im Tote ausstehen muss. Ich hab mir in die Zwischendimension katapultiert. Wohlgemerkt im zweiten Tote, ne? Den ersten Todesstadium hat er ja wieder... ...widerlegt. Hat er übersprungen, manche. Wahrscheinlich. Ich muss gleich dem anderen mal schreiben, ob der noch unterwegs ist. Äh, Maxi, bist du gerade kurz mit dem Auto unterwegs? Ja, bin ich. Weil ich muss ganz kurz von AFK... Kein Problem, solange du nicht an Energie oder Hydration verhungerst. Ne, alles okay. Alles klar. Bis gleich. Jo. Katting, wo bist du? Bin wieder außerhalb. Ja, ich bin auf der Straße, aber ich seh dich nicht. Ja, ich bin vor diesem Apartment, äh, vor dieser Villa oder was, wie ich das nenne will, ich hab mit dem Zombie geboxt. Okay. Wo kennt man noch ein Auto her, Kriegamer? Ähm, Pleasant Valley oder... ...damm. Beim Damm soll ein Spawnpunkt sein. Ja, aber beim Damm, was mir am Damm sind, ist... Ähm, die Hütte, wo wir das andere Auto geholt haben. Alles schon geguckt. Wir haben die ganze... Wir haben beide Vorstädte jetzt schon abgeklappert. Äh, Zims Werkstatt vorne dran hat mal eins gespawnt. Äh, sonst weiß ich jetzt auch nicht. Wir können mal bei der Polizei gucken. Autos sind Mangelware, deswegen ist es beschissen, dass wir das andere Auto jetzt verloren haben. Ja. Mensch. Sorry. Hier müssen wir halt jetzt aufpassen. Machst du das? Ja. Das ist halt blöd mit meinem komischen Mausbett-Ding. Gut, dann wäre es wenigstens die Halbstadt, dass wir hier sind. Dann bringt das Stealth-Modus auch nichts mehr. War keine Absicht. Das macht nix. Das ist halt wirklich sauflädt an dem Laptop. Okay. Ich stehe hier mal an all der PC von der HM-Bürohle, nur dass die fest bleibt mal einer. Hm. Und ich weiß nicht, wie lang es die andere Bären noch mal hat. Bei mir schlägt sich gerade ein Zombie mit einem Bär, das muss ich einfach zugucken. Wer gewinnt? Almighty Bär oder Klitsch ist ja ein Zombie, der mittendrin steht. In dem Spiel wahrscheinlich sogar noch ein Zombie. Weil der Bär keine Headshots machen kann.